Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Der UNO-Menschenrechtsrat verschickt Briefe an Firmen in Israel und weltweit. Er weist sie darauf hin, dass sie auf eine schwarze Liste gesetzt werden, weil sie Geschäfte mit Unternehmen in israelischen Siedlungen im Westjordanland, den Golanhöhen und Ost-Jerusalem betreiben. An rund 150 Firmen seien bereits solche Schreiben verschickt worden. Die Briefe wurden vom Hohen Kommissar für Menschenrechte, dem Jordanier Al-Hussein, unterzeichnet. Politiker, Rabbiner und andere Personen des öffentlichen Lebens haben das 50. Jubiläum der Befreiung von Judäa und Samaria, Ost-Jerusalem, dem Jordantal und dem Golan gefeiert. Premierminister Netanyahu versprach in seiner Rede, dass es zukünftig keine Räumungen von Häusern mehr in Israel geben werde. Weder Juden noch Araber würden entwurzelt, denn dies sei nicht der Weg, um Frieden zu erreichen, sagte Netanyahu. Die israelische Regierung geht auf Forderungen von Menschen mit Behinderung ein. Für ihre Pensionen werden bis zum Jahr 2021 umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro mehr bereitgestellt. Auch sollen die Freibeträge angehoben werden, die hinzuverdient werden dürfen. Die palästinensische Gesellschaft ist sehr jung. Nur rund 4,6 Prozent der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen sind 60 Jahre und älter. Das gab das palästinensische Zentralbüro für Statistik bekannt. Laut der Studie hat sich die Lebenserwartung in den Autonomiegebieten verbessert. Im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte ist sie demnach um fünf bis acht Jahre gestiegen. Israel hat der UNESCO eine Nachbildung des Titusbogens geschenkt. Auf dem Abschnitt ist zu sehen, wie römische Soldaten im Siegeszug Geräte aus dem Jerusalemer Tempel nach Rom bringen. Mit der Spende reagiert der jüdische Staat auf Resolutionen der UN-Bildungsorganisation, die eine historische Verbindung zwischen Juden und Jerusalem leugnen. Der Titusbogen sei nicht von Juden errichtet worden. Vielmehr hätten die Römer vor etwa 2000 Jahren entschieden, sich dadurch zu verherrlichen und das exilierte jüdische Volk zu demütigen, sagte der israelische Botschafter Shama Hakohen. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Das war Israel Netz TV für diese Woche.